Hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Let's Play Reihe. Wir haben jetzt letztens Star Wars Battlefront Classic 2005 zu Ende gespielt und beginnen nun mit Lego Star Wars, die komplette Saga. Als erstes werden wir natürlich Episode 1 komplett durchspielen und danach die weiteren Episoden. Wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Natürlich spielen wir jetzt einmal Kapitel 1, die Verhandlungen. Achso. Naja. Uh, natürlich. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Als erstes dann, wenn wir hier mal das ganze Geld machen Das sind noch gut, auch da Das sind noch gut, auch da Das sind noch gut, auch da Dann machen wir mal weiter Natürlich Das ist noch gut, auch da 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 Ach komm mal, die Druiden hier zerstören Das hier bräuchte ich auch noch extra Geld Und auch jede Menge Das ist noch gut, auch da Das ist noch gut, auch da Das ist noch gut Das ist noch gut, auch da und wir haben uns jetzt soweit fertig aber die Weltkörner machen so das hier so Laufensierter ist, nein, okay. So, da ist vielleicht der nächste Power-Up, den wir brauchen. So, wenn ich das jetzt hier ganz schlau bin, gehe ich jetzt in den Droiden, ne, du sollst mitkommen. So, dann müssen wir ihn jetzt gleich holen, sobald wir hier sämtliches Geld geholt haben, also bis gleich. So, Leute, dann haben wir die Bändchen jetzt geöffnet, können wir wieder in die Jedi wieder reingehen. Oh Gott, mal drin Spaß haben. Ja, dann haben wir das hier. Dann geht er nun mal durch die Rüben. Und dreht der Power ab. Nein, 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 der denkt nicht darüber nach, mir hier zu helfen. So, nochmal. Passiert da hinten irgendwas, wenn man da reingeht? Nein. Da kann man auch nicht rein, okay. So, jetzt gehen wir dann hier rein. Hier ist auch nicht so viel zum entdecken. Schade. Schade. Oder? So, was? Nein. Okay, dann können wir auch wieder zurückgehen. Na, wer wird jetzt der Droide? Wo ist denn der jetzt schon wieder? Leute. Leute, Leute. Na, wo bist du? Der wird auch irgendwo hier oder nicht? Kommt jetzt hier? Hey, wo ist der? Was ist da? Soll ich mir nicht so einen Schreck eingehen? Ja, wo ist das? 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 So. Und das machen wir jetzt hier mal ganz schön hier zusammen. Du wieder in die Arbeit. Jetzt weg sind wir wieder. Das ist doch eine Falle, Udi. Nein. Hier brauchen wir auch Jar Jar Bingo. Scheiße. Um. So. Ach die Komada drüben, das finde ich mal so geil. Ja. Also, das finde ich irgendwie echt. Man ist hier mitten im Kampf, aber man wird hier sofort irgendwo hingezogen. So. 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 Das wurde. So. So. Als ich, was ich richtig mache, war mir. Sieht. Ich weiß. Und hier nicht zerstören Anscheinend nicht Oder? Doch Ah, jetzt kann man sie zerstören Schöten Das hätten wir glaube ich viel früher machen wollen Leute Und jetzt machen wir das hier zum Schluss So können wir nochmal hier das komplette Geldchen einsammeln Und dann sind wir einfach fertig für heute Oh Ja Leute So The farts So 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 ersten teil also let's play von star wars ne von lego star wars ja so komplette saga wir sehen uns dann im nächsten video wieder in let's play 2 von lego star wars die komplette saga bis zum nächsten video bei eurem giftgames, ciao!